Die deutschen Teams, sondern die Gegner-Teams dann einfach aus deren Sicht. Also du kannst in der MDL super starke Teams schlagen und mit dem gleichen Counter-Strike kannst du in Deutschland einfach mal gegen Team XY 2-0 verlieren ohne Probleme. Und das ist halt das Thema einfach, dass man spielt in Deutschland halt hier lokal einfach noch viel zu deutsches Standard-CS, als es dann international wirklich Mehrwert hat. Viel zu random und auch einfach teilweise viel zu schlecht und genau dieses Problem haben Sprout und Big eigentlich nicht, weil sich beide eher international sehen und auch international vorbereiten und internationales CS spielen. Und da hat man jetzt nicht so diese Punkte und ich glaube, also sie spielen zwar das gleiche CS, aber dadurch, dass man einfach sozusagen noch nie aufeinander getroffen ist, weil Sprout relativ frisch in diesem internationalen Markt ist, sind die Karten auf Null, sag ich mal. Also beide wissen das, was man halt in Demos gesehen hat. Okay, also das, was man auch gegen einen internationalen Gegner sehen würde. Okay, wir starten mit der Partie Trick gegen Heroic auf Map Nr. 2. Das 2 wird gespielt, es ist der Pick von Trick und sie brauchen diese Map, um sich noch in der Partie zu halten. Wir werfen natürlich nochmal einen Blick auf die Odds auf die GBED und nach dem Sieg von Heroic liegen die natürlich vorne. 1,5er Quote bei Heroic und 3,65er Quote bei Trick eSports. Aber je nachdem, wie der Anfang dieser Partie verläuft, können sich die Quoten da natürlich auch ganz schnell ändern. Wir sehen vier Mann in den Cutters, sehr passiv. Da fehlt mir ein bisschen die Exit-Smoke, die man da gerne wirft. Gerade der Plateauspieler könnte viel Damage machen, geht aber direkt aus. Von den Flashes muss ich's davon wegreden. Er bekommt noch einen Kill. Ich weiß nicht, wie er so lange überleben konnte, dass er überhaupt noch einen Frack gemacht hat. Aber immerhin sitzt er. Nichtsdestotrotz ist der B-Retake verdammt schwer auf der CT-Seite. Guter Frack von Nato's Affix. Sieht auch den Spieler. Er weiß, dass er das 1 gegen 1 hat. Eigentlich müsste Blame direkt dazukommen. Sie warten noch einen Moment. Ich glaube jetzt, ja. Geh da auch gemeinsam rein. Das war ein super starkes Spiel von Heroic. Schönes Teamplay. Und die Bombe bleibt auf dem Baseball liegen. Verrät sich da ein bisschen früh meiner Meinung nach, wenn er da ein kleines bisschen cooler bleibt. Und jetzt gehen sie wieder zusammen gegen den Mittelspieler um. Das ist gut gespielt da gerade von Heroic. Bei Teamplay gerade. Erzwingen quasi den Frack gegen Bubski. Gehen dann auch gemeinsam wieder auf den Scott. Und sie können das halt natürlich locker halten. Das Problem ist, so viel Munition hat man mit der USP nicht. Die P250 hat er deutlich mehr. Aber sieh dir das an. Der Raub wird immer enger. Und am Ende ist es Blame den letzten Kill setzt. Aber wenn da der Shot von Arcor passt, dann geht die Runde auch nochmal ein Trick. Nichtsdestotrotz fand ich das sehr geil gespielt von den beiden Heroic-Spielern. Ja, also Heroic hat das wirklich sehr gut runtergespielt. Am Ende wurde es schon mal ein bisschen knapp. Da war Netto's Affix mal wieder ein bisschen übermotiviert. Wenn Arcor da nur den Hauch von Aiming hat. Und Netto's Affix war ja schon low. Hätte er da einen schnellen Frack bekommen und dann schon das 1-on-1 gehabt. Und trotz dessen, dass Arcor da diverse Räder angeboten hat am Anfang, war die Runde wieder knapp. Aber die Taktik von Tricked erfolgreich aufgegangen. Aber am Ende Heroic wieder besser gespielt. Das ist natürlich bitter, wenn du eigentlich gut durchkommst und die Runden trotzdem verlierst. Gute Mate! Richtig schön aufgegangen. Noch oben am Steg. Jetzt geht es die Mitte raus. Nato kann da mit der Scout und mit der USP noch reinsetzen. Das ist insgesamt sogar ein 4K von Nato. 2 zu 0 für Heroic, die wieder eine Full-Eco gespielt haben. Das heißt, jetzt kommt die erste Waffenrunde für sie. Ja, schöne Zirkuseinlage auch gerade. Die wir da gesehen haben. Also ich habe im Hintergrund auch gehört. Also da haben sie probiert, durch dieses Movement halt so ein bisschen die Shots zu tanken. Gerade zu verursachen. Hat am Ende nichts gebracht. Und ab und hochgenommen von der Runde. Genau, wir schauen mal, wie die erste Waffenrunde aussieht. Man muss auf das 2 natürlich immer schauen, wie ist der Spawn. Gutes Timing und vor allem eine gute Flash. Freiburg hat da gar nichts gesehen. Allerdings bekommt Trick durch den First-Track nicht die Erlangenkontrolle. Da bleibt Nato mit der Scout immer noch stehen. So ein First-Track gegen die CT-Seite tut auf das 2 aber verdammt weh. Hier der Close-Molly, um die Position vorne zu checken. Jetzt sogar nochmal der Molly hinterher. Falls nachdem T-Molly ein Gegner rausgelaufen ist, kann man den direkt in ein Duell zwingen. Und die Aktion von Heroic geht aggressiv in die Karte. Boah, ist die mit dem Timing, ob die hier... Er hat es halt auch so gut gespielt, die Flash sauber abgewartet. Und jetzt etwas Mitte-Druck. Zwei Spieler bei Heroic auch schon down. Diese kleine Bonus-Runde, die sie hier einlegen. Wobei man sie kaum so bezeichnen kann. Mit dem 1400er Loser-Bonus. Es sieht wirklich nicht gut aus. Das kann man eigentlich nur noch über eine starke Einzelaktion lösen. Und wie soll die aussehen? Das kann ja maximal irgendwie ein 4K sein oder sowas. Umso aus wie mit der Farmers. Also viel Spaß dabei, sag ich schon mal. Also bei allem Respekt, aber Blechmüll. Bleib Blechmüll. Ja, ehrlich. Also da erinnert sich nichts. Ja, du spielst locker runter. Kurz die zwei Granaten und da kannst du dann nur... ...schauen und save das Ding jetzt auch einfach. Und das ist auch etwas, was die anderen Spieler gerne angewöhnen können. Wenn du saven möchtest und von dem Spot weg gehst, schleich bitte auch vom Spot weg. Leider viel zu oft, auch auf viel zu hohem Niveau, dass die Leute, wenn sie saven wollen, instant wegrennen. Und das ist halt oftmals natürlich dann auch das Signal für die Gegner. Gut, dann schieß ich dir halt den Rücken, wenn du es unbedingt willst. Auch das kann man, glaube ich, wieder so ein bisschen leveln. Absichtlich laut weglaufen. Ja, wenn der Aave CT-Base Loch aimt, kannst du Tor laut weglaufen. Genau, dann noch ein bisschen anlaufen. Genau, sowas. Wenn ich laut weglaufe, zumindest noch den Fokus haben. Aber wenn die drei Waffen wirklich sehr wichtig sind, was sie hier gewesen wären, eine geht davon und down, dann hätte ich dann wirklich komplett leise sein. Und das haben sie ja hier auch gemacht. Da kann man natürlich sehr viel drüber... Ja, was heißt Philosophieren? Da kann man einfach so ein bisschen so ein Theory-Talk draus machen. Im Endeffekt beurteilen wir immer das Ganze so, wie wir es selbst machen würden. Und das hat man hier... So, deswegen hast du mich ja gewundert, warum er nicht laut wegrennt. Nee, gewundert habe ich dich nicht. Also so lasse ich das nicht stehen. Nein, Quatsch, niemals. So, wir gucken mal, wie sieht der Aufbau aus. Diesmal mehr Kurzfokus von Heroic. Schöner erster Molly. Bupski bleibt ein bisschen länger drin stehen. Zeigt sich aber keiner. Und dann noch der Damage-Wahnsinn-Schuss wieder von der Scout. Borrowed Down. Und Nato hat sich sogar noch Hunden geschnappt. Also, das läuft hier deutlich besser als in der ersten Waffenrunde für Heroic. Direkt zwei Spieler. Die bei Trick Down sind. Das heißt, eine ekelhafte Map für solche Runden. Die Scouts kann hier so unmenschlich viel Impact haben. Dass es wirklich einem da die Haare kräuselt. Die Nackenhaare, hoffe ich doch. Auch die. Auch die. Die Haare, die noch nicht gefeuert sind. Ah, wichtig, wichtig. Also, back to topic. Okay. Das ist die... Ich würde das als eine modifizierte Liniendeckung bezeichnen. Nachdem man an kurz und lang wenig Kontakt hatte, in der Mitte schon gut Damage gemacht hat, entscheidet man sich dafür, a. auf Retake zu spielen, die Mitte mehr zu fokussieren. Weil der B-Split so brutal effektiv sein kann. Ist dieser zweite Spieler in der City Base sehr wichtig. Aber da haben wir halt die AWP anerlang. Nato mit Kill Nummer 2. Bekommt Sjush. Und damit hast du sehr wenig Raum. Der Plant ist zwar nicht gefährdet für Trick. Aber so ein 2 gegen 5 muss man im After Plant erst mal verteidigen. Ja, und da haben wir es auch schon. Arcor kommt überlegt und kurz weg. Am Ende geht's. Flawless. Blame und stubborn mit den Kills. Ja, die Runde wirklich akribisch runtergespielt von Heroic. Sehr schöne Runde von ihnen. Ja, eindeutig. Also, das wird sich auch nie ändern gegen kein Team. Wenn da keine gute Langflash-Late nochmal kommt, wird die AWP da immer ein Frack geschenkt bekommen. Das ist so eine ekelhafte Pose, die Nato sehr fix, da höchstwahrscheinlich heute noch 25 Mal spielen wird, gefühlt. Und genau, Trick hat das Maximum rausgeholt. Sie waren 3 gegen 5 und haben das Maximum aus ihrem Equipment geholt. Das war, die Granaten waren wirklich gut. Stegsmoke, Basesmoke, Flashes, dies, das, jenes. Aber eine fehlende Granate und du kannst einfach nichts machen gegen die AWP dort. Genau, das ist so für mich der Untertitel von das 2 im Zweifel kurz. Und das hat man hier dann auch nochmal gesehen, dass man da zumindest noch ein bisschen extra Kohle raushauen kann, die hierfür etwas mehr Utility bei Heroic sorgt. Bei Trick sorgt, entschuldigt. So, jetzt ein eher mittelastiger Aufbau von Trick. Alarmkontrolle wieder da. Am Auto steht wieder die AWP mit Nato's Affix. Das heißt, jetzt kann man wieder sich in Richtung B orientieren oder in Richtung Mitte orientieren. Was mir da nicht gefällt ist, dass Heroic niemanden vor B stehen hat. Das heißt, wenn der B-Split kommt und du zu zweit in der CD-Base bist, gibt es keinen wirklichen B-Support. Und das ist ganz, ganz gefährlich, seinen Spieler da zu lange allein zu lassen. Haben sie wohl gehört. Ja. Denn sie stellen sich direkt wieder so auf. Bleiben wieder mit einem in der CD-Base stehen. Aber hier kommt natürlich wieder die One-Way-Smoke an Kurz. Auf die vor allem Blame F jetzt aufpassen muss. Aber der Molly fliegt hinten dran. Also den Winkel kann jetzt keiner nehmen. Solange der brennt, kann er da auch leise zur Schräge gehen. Mal lang eingenommen. Sorry. Mach du, mach du. Ich rede nicht zu viel. Ja, genau. Jetzt nochmal eine gute Entscheidung. Sie werden höchstwahrscheinlich jetzt nochmal das Equipment am Kurzwerfen. Vielleicht sogar eine Steg-Smoke. Ja, Steg-Base-Smoke fliegt. Und jetzt nochmal lang zu dritt einnehmen. Weil sie wissen, dass der Spieler jetzt alleine sein muss. Und Breitberg darf jetzt loslegen, indem er kurz überfahren wird von Borow. Gute Nacht. Er hat auch direkt den Winkel abgezielt. Jetzt muss da nochmal schauen, dass er rotieren kann. Muss auch da nochmal aufpassen. Blame kommt die Nuis. Bekommt die Doppelkill. Schön die One-Way-Smoke ausgespielt. Da gab es noch eine Flash. Es musste noch eine zweite Smoke geworfen werden. Der Bang kommt gut an. Das könnte für Blame die nächsten Kills bedeuten. Blame hat den schwierigen Start auf Mirage. Ist immer besser ins Spiel bekommen. Staffen jedoch mit dem Smoke-Push erfolgreich. Nur noch 8 Sekunden auf der Uhr. Staffen geht nochmal raus. Bekommt die nächsten. Unglaublich. Die Bombe wird gelegt. Die muss durchgeflättet werden. Und das bedeutet aber die Runde für Heroic. Diese Smoke-Pushes von Heroic sind der Tod für Tricked. Unglaublich. Ja, ich sag's nochmal wie so oft. Tricked ist super vorbereitet. Und spielt auch sehr gutes Counter-Strike. Aber individuell ist Heroic besser. Und das hast du da gerade wieder gesehen. Das war ein Ball-Feed-Move von Blame, muss man wirklich sagen. Aber wie er es dann ausgespielt hat, wirklich die Runde entschieden. Und dann auch an der anderen Stelle von Stabbing nochmal genau die Smoke genutzt. Und dann halt dieses kleine Chaos halt einfach mitgemacht. So dieses, man hat Tricked so ein bisschen aus der Comfort-Zone geholt. Sie haben zwar ihre Ghost gehabt, ihre Granaten. Aber dann aus der Comfort-Zone. Plötzlich so unvorhersehbare Sachen passieren. Und genau das ist halt Gift für Tricked. So, am Ende.de komme ich eine kleine Randinformation für euch. Da das Sprout gegen Big Game auch auf dem Hauptkanal des englischen Streams gezeigt wird, wird man auf dieses Game hier warten. Das heißt, wenn ihr hier bleibt, werdet ihr absolut nichts vom Big Game verpassen. Das Big gegen Sprout Game startet erst, nachdem dieses Spiel vorbei ist. So, 4 zu 1 der Spielstand. Jetzt die erste Eco für Tricked. Diesmal ein sehr belastiger Aufbau mit der Bombe sogar in den Cutters. Und da sind natürlich die Positionen hier hinten hinter den Kisten am Spot verdammt wichtig für die Heroic-Spieler. Da kommt es jetzt also auf Aztec und Staven an. So, wieder die One-Way an Kurz, die jetzt für etwas Ablenkung sorgen soll. Tricks muss jetzt aufpassen, da kommt viel Equipment, aber der Mollo gibt ihm da super Zeit und Informationen. Das spielt er sehr gut, muss man sagen. Ich kriege jetzt noch den Mollo. Also, sie spielen das gerade Ast rein. Genau. Kommst du 3,5 am B. Genau, 3,5 am B wollte ich auch gerade sagen. Können sich dadurch sehr stark auch hier auf den B-Sport konzentrieren. Ah, der Zitz-Headschuss von Sjusch kommt gut rein. Direkt die Support-Flash. Und was ein fieser Winkel von Bubsky. Wenn er da den Headshot verteilt, fängt er eine Rotation ab. Aber es ist einfach dann ein zu gutes Nachschieben von den Heroic-Spielern. Verliert nur einen Spieler bei diesem B-Go. Als B-Split kann man das ja kaum bezeichnen. War ja nur ein bisschen Fake in der Mitte. Ja, vielleicht hätten sie mehr gerne draus gemacht. Weiß man nicht. Aber da hat man halt auch optimal gegen geblockt seitens Heroic. Zwei Mollos Mitte rein. Dann war relativ schnell klar gut. Dann halt Full-Way. Aber kann auch so gut gewesen sein, dass man das nur als Fake aufbauen wollte. Je nachdem, Heroic hat sich das wieder so zurechtgelegt, wie sie es wollten. Nicht wie Tricked es wollte. Richtig schöner Winkel hier von Nato. Das ist natürlich so ein Pick, den du nicht haben willst in deiner Waffenrunde nach der Eco. Aus Sicht von Tricked. Doppelnate in die Cutters. Auch da spielt Zyrsch die Säule wieder sehr schön aus. Hat er ja schon mal in einer... Nee, in der ersten Waffenrunde von ihnen hat er da sehr gut gestanden. Gutes Timing bewiesen. Und Heroic entscheidet sich wieder mal für den Aufbau, bei dem sie mit nur zwei Mann A decken. Und sich eher für Alang-Kontrolle entscheiden. Und kurz lieber offen lassen. Einfach weil man von Alang aus den A-Spot sehr gut retaken kann. Ich merke, Heroic hat ja aktuell noch echt einen guten... Wie sie die Map spielen müssen gegen Tricked. Links-Rechts Smoke. Aus diesen Smokes muss es jetzt kurz gehen. Jetzt darf Nato selbstwegs mal wieder zeigen, was passieren kann. Na, da war auch... Nee, das war eine Flash, die verworfen wurde mit dem Hit. Nato mit dem späten Auf-Angle. Aber Sjog gibt ihm einfach. Also, ja, Pikas Advantage oder wie auch immer man das nennen möchte. Nato hat nicht reagiert und geht down. Alang-Kontrolle haben sie immer noch. Denn Freiburg hält die Position. Und jetzt eine 4 gegen 4 Retake-Situation. Das alles beruht natürlich auch noch auf diesem First-Frag, den Nato mit der AWP in der Mitte am Anfang gemacht hat. Die eigene Smoke dafür auch gut genutzt. Und Freiburg muss natürlich irgendwann nach vorne gehen. Währenddessen haben sie sich am Element schon aufgestellt. Keiner über die Mitte. Alles über die CD-Base. Da geht's nach oben. Töne Flash da. Super stark gespielt. Wupski geht jetzt down. Two on two. Da fällt dann auch noch Hunden. Jetzt haben sie keine Smoke mehr für den Molly. Müssen nach vorne. Und da macht Sjog dann die nächsten 2 Frags. Wunderbare Aktion auch von ihm. Und so die zweite Runde für Trakt. Aber nichtsdestotrotz, die Runde war wieder verdammt teuer. Eindeutig und Slowki. Der Molly lag am Ende nicht mehr optimal. Also die Runde hätte noch sehr gefährlich werden können. So, Timeout von Tricked. Denn das einzige, was bei Tricked bisher wirklich funktioniert, ist dieser Kurzpush. Wir hatten mal eine gute Aktion an der Lange. Eigentlich noch keine wirklich gute Aktion in der Mitte. An B sind sie gegen eine Eko oder halt gegen die erste Waffenrunde eigentlich ganz gut rausgekommen. Das ist nichts, worauf man jetzt extrem gut aufbauen kann. Wie würde für dich jetzt das Spiel von Tricked in den nächsten Runden aussehen? Ja, also man merkt ja, welche Granaten sehr wichtig sind. Mitte, links, rechts Smoke benutzen sie sehr gerne, um da so ein bisschen zu pressuren. Oder halt die Steg Base Smoke. Das sind so diese 4 Smokes, die sie gerne in einer Runde benutzen, um daraus dann im Endeffekt ihr Play zu machen. Und wenn du genau diese Smokes richtig antizipierst, beziehungsweise richtig gegenblocks, dass sie in der Zeit dieser Granaten nicht viel machen können, kannst du glaube ich schon sehr viel, auch seitens Heroic jetzt, wie du Tricked halt ausspielen kannst. Weil sie werden wie auf Mirage schon an diesen Granaten festhalten müssen. Weil sie brauchen so diese, es ist einfach so Part of their game einfach, dass diese Granaten lieben müssen, damit ihr ganzes Game aufgeht. Vielleicht auch die Mitte, links, rechts, Mox mal so nutzen, dass man auch wirklich rausgeht, weil bisher immer nur als Fake gespielt. Da spielt es gerade Heroic wieder gut, dass sie Mitte komplett gegenblocken, solange sie da nichts haben. Ja. Dass man so ein Tempo wechselt bei Tricked mal weg, denn so dieses, komm jetzt gehen wir ohne Granaten einfach mal Mitte raus, so weil die erwarten ja, dass wir unsere Nails werfen. Ja, diesmal stellt man auch Blame an A ab und Nato aktiver in der Mitte mit der AWP unterwegs. Und irgendwie muss Heroic auch davon ausgehen, dass es ein Fake an Kurt sein könnte, weil diese Smokes wirklich die ganze Zeit fliegen. Jetzt nochmal die One-Way-Smoke hinterher und die will man jetzt sogar nutzen. Wenig Utility bei Heroic. Letzter Molly auch schon rausgeflogen, nur noch Flashes am Start. Aber nur noch Flashes ist mit Vorsicht zu genießen. Sehr starke Granaten. Blame hat sich jetzt auch an Erlang zurückgezogen. Man will das wirklich im Überzahl-Ray-Take spielen, will lange auf den Erlang-Spieler warten. Und Wupski geht dann sogar down. Aber Aztec kassiert viele Hits. Jetzt ist aber der Kurt-Spieler gefallen. Und der Raum für Trick wird immer enger. Das muss eine starke Einzelaktion werden. Die Flash ist gut eingesetzt. Da war Freiburg mit dem Flash-Assist. Boro blind, der letzte Spieler am Fuß hinten bekannte. Da kannst du eigentlich nichts machen. Der hat sogar nur eine Scout. Und das ist so cool runtergespielt von Heroic. Da muss man schon sagen, warum spielen die nicht häufiger das 2? Ja, eindeutig. Ja, weil sie sich jetzt gerade gegen Trick erst mal fühlen. Vielleicht ist das ihr erster Fuß im kalten Wasser. Okay, und sie merken, dass das Wasser gar nicht so kalt ist? Ne, so wie sie spielen, wird es gerade low warm. Und ich muss sagen, es war eine super Entscheidung, netto da einfach mitzulassen. Dass man am Arm nicht überrannt werden kann von diesen 1000-Granaten-Flash-Kauf, wo du dann mit der AWP zwar eigentlich immer noch einen Peak hast, aber dann vielleicht auch unglücklich mal ins Gesicht bekommen kannst. Und B halt darauf basierend, dass Trick sich halt gerne mit ihren Mittelsmogs aufstellt. Und dass immer eine Chance ist, mit der AWP gut zu timen. Genau, gegen die Eko. Ich dachte gerade, sie spielen wieder den Tower in der Mitte. Aber gegen die Eko sollte man definitiv 2 Leute am Anfang an B stellen. Nicht, dass der Solospieler da überrannt wird und die Runde gegen die Eko dann weg ist, nach nur einem Kill. Haben sie dann auch getan. Die Double-Nade in die Cutters wieder rein. Und wieder baut das Spiel von Trick über kurz auf. Es ist schade, dass ihr Late-Lang-Go in der Equip-Round die Runde nicht entschieden hat am Ende. Weil der Call war perfekt. Der ist komplett aufgegangen. Aber die Runde im Endeffekt wurde verloren. Und das ist halt für den Ansager immer ein schweres Spiel. Dann weiterhin gute Callen. Boah, gutes Timing da. Und Blame. Blame. Ja, Tontauben schießen da. Da schießt da seine Freundin definitiv den Teddybär am Rummelstand. Mit der Digle kann man auch Low-RP noch Dinger verteilen. Das war zwar kein H-Shot, aber noch ein zweiter Kill. Da können wir wieder von einer soliden Eco sprechen. Aber solide Ecos helfen Trick gerade nicht beim Spielstand von 7 zu 2. Wollen die natürlich eher Runden holen, als nur solide Ecos runterspielen. Ja, eindeutig. Also ich bin gespannt, wie Trick jetzt reagieren wird. Ob sie das heute mal auf dem Schirm haben, dass sie ihr langen Late super funktioniert hat. Vielleicht jetzt selber. Ja, genau. Sie bringen jetzt Arcon mit einer AWP ins Spiel, um da so ein bisschen zu contesten, was Netto Zephix macht. Weil der hat gerade wirklich sehr viel Freiraum, was sein Spiel angeht. Oh, das soll lang gepusht werden. Aber Heroic ist einfach zu viert. Oder war... Okay, dann noch Nato durch die Smoke mit dem Frack gegen Borup. Und ich meine, das ist eine Waffenrunde von Trick. Das ist nicht noch eine Eco, die die hier einlegen mussten, weil sie, was weiß ich, einen Forceby gespielt haben. Über Forceby sind wir bei dem Spielstand gerade lange hinaus. Heroic riecht es einfach perfekt, dass sie jetzt mal ein Viermann-Alang-Setup spielen. Lassen die Mitte dadurch eine Zeit lang offen. Trickt, rennt einfach in den Fleischwolf rein und kann jetzt wieder nur noch versuchen, über kurz die Runde zu retten. Aber Nato hat natürlich die perfekte Möglichkeit mit der AWP von hier Tracks machen. Wurde noch kurz geblockt beim Molly werfen. Ja, letzter Spieler jetzt auch gesehen. Und das ist dann nur noch eine Frage der Zeit. 8 zu 2. Baker ist doch im falschen Teamspeak-Channel, oder? Ich könnte doch da nicht zu viert sein. Gut möglich. Ja, also der mit allen Wassern gewaschen hier, diese Heroic Boys. Ey, super stark, wie sie es da spielen. Also jede Runde einen Schritt voraus. Und das ist halt das Gefährliche aber auch daran, wenn du A bist mit 19 Competitive Maps auf das 2 und Team B bist mit 2 Maps auf das 2 Fixpan. So Heroic hat halt unglaublich viel Material von Trick gehabt, aber umgekehrt hat man keins gehabt. Beziehungsweise spärlich. Und sowas spiegelt sich dann natürlich vielleicht auch in so einem Gameplan wieder. So, leicht erwartbar würde ich sagen, dass jetzt auch mal aktiver die Mitte angespielt wird. Da sogar den First Strike gegen Aztec bekommen, aber wieder macht Nato seinen Job super. Blame lässt sich von A auch nicht wegziehen. In der Mitte sind sie nicht durchgegangen bei Trick, weil sie nicht weiter in die AWP reinlaufen wollten. Und ja, jetzt wieder, oh, seht ihr das an? Blame spekuliert jetzt wieder auf den Kurzlaufweg, weil der im besten Fall noch zu einem Bombenplant führt. Aber so kann er natürlich gleich hier am Anfang Schaden machen. Bekommt beide Kills und Trick rechnet auch nicht mit dem Timing, das Blame da vorne hat. Warum sollte er in einer 4 gegen 2 Situation auch davorlaufen? Und genau das bringt ihm diese leichten Fracks. Ja, seit wann ist das 2 so City-Sided? Das Wort zum Sonntag bekommt ihr jetzt von Michele, Zonics, Köhler. Ja, wie gesagt, ne, also an der Stelle, man merkt, Heroic ist einfach top vorbereitet. Hat ein super viel Material von Trick. So, und Blame ist einfach auch eine gute Kombination aus großen Eiern. Safe, unberechenbar. Dumm. So, der hat so ein bisschen alles, so ein paar Portionen von allem und deswegen ist er halt ultra gefährlich. So, jetzt hat er sie schon, jetzt sehe ich das erste Mal, dass er sie dann in der Smoke auspannst, etc. Also, halt ein super gefährlicher Spieler hier gerade für Trick. Für dieses Trick braucht halt so einen ruhigen Aufbau, ein ruhiges Spiel, um dann ihr Equipment loszuwerden und sie dann zu outplayen. Und Heroic bringt unter anderem mit Blame halt immer Chaos rein. Ja, Chaos ist gar nicht so schlecht für die CT-Seite auf das 2. Eine Map, die eigentlich sehr gesplittet für die CTs ist. Sehr viele einzelne Duelle. Aber auch da gerade aktuell keiner am Verschießen wirklich. Bei Heroic. Und das macht es dann natürlich auch sehr angenehm auf der CT-Seite zu spielen, wenn jeder seinen Soll erfüllt. Blame. Wieder vorn an der Smoke. Flash jetzt, oder? Er dreht sich nicht weg. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist fast ein Triple-Kill gewesen. Noch die Nineteen in Damage gegen Borob rausgehauen. Jetzt wird hier noch die Smoke-Allee gecheckt. Da bekommt es da auch noch den Zweiten. Uiuiui. Das wird, das wird gerade brutal zerschossen. Und wie hart das wieder auch gelesen war von Heroic, dass sie da jetzt den Flashmove gegen Kurt spielen können. Aber Trick kann auch nicht jede Runde ihren gleichen Scheiß spielen. Sorry, aber, aber dann, also dann sieht doch ein, dass der Gegner dein Gameplan, dein Spielstil komplett auswendig kennt. Da musst du halt einen Plan B, diesen Backup-Plan haben. Hast du als Ansage, weil ich manchmal schwer dann auch einen Schirm, aber da muss dann auch mal so ein Coach von hinten gegen den Stuhl treten. Ja, und den In-Game-Leader mal wachbütteln, dass da jetzt auch mal ein bisschen mehr Variabilität... Ja, also, ey, wir können nicht nur diese vier Smokes immer werfen und hoffen, dass die Runde sich dann entscheidet. Oh, die Cross-Smoke verworfen? Aber ist da doch... Der spielt sich schon auf Risiko. So, ähm. Weil, ich hätte jetzt eigentlich gerne gesehen, dass sie vielleicht nochmal versuchen, Alang rauszulaufen. Weil die können ja auch nicht erwarten, dass der Roig alle Runden mit vier Mann am Anfang Alang steht. Ähm, einfach mal auf, was weiß ich, auf Glück ein Würfel werfen gehen wir jetzt lang oder mittelschnell raus. Äh, es kann ja funktionieren, aber sie entscheiden sich hier... Mittelschnellbart ist super cool, ja. Ah, aber da steht einer an der Kiste. Aber sie sind zu dritt halt. Boah, schönes Gesicht von Lohm. Und sie rechnen wieder nicht mit Blame. Und Bupski kommt auch nicht direkt zum Refrag, trotzdem nochmal ein schönes Ding. In der Mitte läuft jetzt noch einer rum. Blame hat das Backup bekommen, die Flash fliegt rein und sie halten auch den B-Spot wieder. Eigentlich Tricked diesmal mit einem soliden Call und wieder passiert ist. Call super, Umsetzung nicht perfekt und schon ist die Runde weg. Und das macht das Leben für den In-Game-Leader von Tricked wieder verdammt schwer. Ja, Blame ist aber auch gerade amazing, muss man sagen. Also der ist jetzt vier Runden oder so goldrichtig. Also goldrichtig. Da ist es seine Arbeit, Teamarbeit, Coacharbeit, Captainarbeit, weiß ich mal nicht. Aber der spielt gerade wirklich optimales Counter-Strike. Also der holt viel Spaces in sein Team. Geht auch an Positionen, die eigentlich nicht wirklich angenehm sind. Aber sehr schön zu sehen, Mann. Und jetzt bricht Daniel Lang und Blame schon wieder durch. Ja, in der Mitte stehen, im Kreis stehen, gibt die eine Warm-Up-Frag. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Der macht auch noch den vierten. Aber für ihn gerade wieder ordentlich obendrauf. Wir können ja gerade mal aufs Scoreboard schauen. Da haben wir 23 Fracks bei Blame. Gerade mal einer bei Tricked hat mehr als neun Kills. Und das ist Josh mit zehn. Ansonsten sechs Kills bei Bubski. Borup mit sechs. Ebenfalls mit sechs. Und Hund und Arco mit zwei. Also das Game läuft überhaupt nicht für die Jungs von Tricked. Eine Runde noch zu spielen hier in der ersten Halbzeit. Und es stellt sich die Frage, dritte Runde für Tricked oder nicht? Ja, selbst wenn die Calls passen, bei Tricked gerade wird es nicht optimal ausgespielt. Also da kann man auch nicht mehr viel rausholen. Ja, da kommt der schnelle Mitte-Push. Die City-Base-Smoke einfach viermal geworfen. Kann man auch mal machen. Ja, sicher ist sicher. Staven hat aber noch einen Frack vom Window bekommen. Blame versucht es mit dem Smoke-Push. Jetzt Staven down. Und da würde ich sagen, das ist jetzt eigentlich schon fast safe die Runde für Tricked. Denn im 2 gegen 4 Retake auf B hast du sehr wenig Chancen. Heroic wird es natürlich versuchen. Werden aber schon in der Mitte von Josh abgefangen. Und Borup macht die Runde nicht länger, als sie sein muss. 12 zu 3 zur Halbzeit. Und wenn wir uns da die Odds von GG-Bed nochmal anschauen, dann ist es natürlich ganz klar, dass Tricked... Warum hat Tricked gerade eine Odd von 1? Da stimmt aber irgendwas nicht. Okay, Heroic mit 13. Da würde ich aber gerade mal auf Heroic setzen, Leute. Ich nehme an, das ist vertauscht. Wenn das wirklich stimmt, würde ich schnell mal auf GG-Bed vorbeischauen. Zweite Halbzeit. Staven spilt der Cola. Da kann sogar ich Dänisch. Da ist dem Don wieder das Plasma aus der Hand gefallen. Er spilt der Plasma. Wir müssen wirklich sagen, dass... Also ich würde mich gerne netter ausdrücken, aber Tricked wurde gerade gefickt. Sorry, aber... Uff. Also sie wurden ehrlich gerade einfach nur rangenommen. Selbst die Runden, die aufgegangen sind. Und da waren drei Calls dabei von unten, die wirklich on top waren. Die haben wirklich gepasst mit dem Late lang, mit dem schnellen Mitte raus. Und selbst diese Runden wurden halt vereitelt. Und dann kommst du irgendwann in so einen Frust rein. Weil als Ansager wäre dir halt nichts mehr übrig, außer zu sagen, ich mache ja gute Calls. Die sind ja wirklich teilweise outplayed dann. Aber wenn du dann so einen Blame F hast, der, obwohl er drei Türen im Kleiderschrank breit ist, in der Smoke verstecken kann und dann zweieinhalb von hinten rausnehmen kann. Ja gut, dann was würdest du dann machen? Und genau das ist das, was Heroic halt gut spielt. Weil Hunden spielt halt kontrolliertes Counter-Strike. Und ein Counter-Strike, was wir halt heute, was wir bei allen seinen Teams noch sehen, die heute noch so aktiv sind, sag ich mal. Wo er so seinen Finger drin hatte. Egal. So, auf jeden Fall sehen wir, er hat so einen Stiefel hinterlassen, wie sie es runterspielen. Und genau Heroic weiß ganz genau, wie man das dann unterbrechen kann. Genau mit diesem kontrollierten Chaos einfach. So, weil die jungen Spieler, die haben ihre Waypoints bekommen. So, das, 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 das. Und eventuell das. Aber da gibt es auch so drei, vier Eventualitäten, die einfach komplett random sind. Und wenn die reinkommen, besonders wenn ein, zwei, drei davon aufeinandertreffen, dann wird das komplett kaputt getrickt. Und genau das haben wir jetzt gerade gesehen. Okay, Haus und Liebe auf Heroic bei den Quoten hier von Rio Doodle. Anscheinend die Jungs auch wieder ready. Okay, das Gute, wenn Stavon seine, seine Cola verschüttet, ist, dass es wahrscheinlich nicht über Maus und Tastatur läuft. Denn, falls ihr das mal offline gesehen habt bei Stavon, der hat seine, also wenn das Mauspad wirklich so komplett gerade im, ich sag mal, Viereck liegt, ne, nicht irgendwie schräg. Dann ist seine Tastatur wirklich akkurat, so im 90 Grad Winkel, an der, am, am Mauspad dran. Das heißt, er hat noch gefühlt so 90 Prozent seines Schreibtisches auf der linken Seite frei, wo er natürlich alles verschütten kann, ohne dass was kaputt geht. Jetzt geht's in die Pistole. Los geht's. Und da will man direkt B überfahren. Und bei so einem Spielstand einfach mal B drauf fahren. Alles kein Problem. Ja, Brechstange. Ey, Freiburg halt auch wieder mit einem wunderbaren Shot, bisschen gefährlich dann zu peaken, bevor die Smoke aufgeht, aber hat hier funktioniert. Und das ist natürlich auch die Confidence, mit der man bei einem 12 zu 3 auf den B-Sport drauf rennt. So, jetzt ist es noch Akkur, aber gegen vier wilde Heroic Boys weiß man nicht, ob man da jetzt gerade gegenstehen möchte. Man Richtung Kit. Ja, da macht auch den Sack zu. Gegen den Engel hast du ein Loch, halt keine Chance, weil er da so wunderbar hat, den kann hinter der Ecke. 13 zu 3 ist hier für Heroic und so wie das aussieht, haben wir hier gleich ein kleines Ding in. Ja, das kommt drauf an. Ich werde auch gleich nochmal nachfragen, Leute, ob wir Sprout und Big direkt vorgezogen sehen werden. Also bleibt dann kurz nochmal dran, wenn das Game hier vorbei ist, dann kann ich euch die Info geben. Bleibt doch eh dran. Also für Big gegen Sprout, wer da abschaltet, der hat ja wirklich einen Schuss nicht gehört. Nein, zum Zappix, der war wirklich gut, die Schütze. Das war ein Play wieder von Nato. Der Mitte-Push von Tricked ist auch ein Zeichen der Verzweiflung. Nato haut einfach mit der Scout die Mitte runter, bekommt einen Frag nach dem anderen. Tricked hat hier auf diese Runde gespart. Sie kaufen die Aux und das ist bei dem Spielstand auch verständlich. Also jetzt muss es sitzen. Wenn Tricked die verliert, ist das Geld wieder weg und dann können sie die Partie wirklich direkt abhaken. So, oh, da kommt wieder ein Vera. Aber die Smoke sitzt gut, schöner Refrag. Der zweite Spieler noch VB, das ist gefährlich mit dem Peak, aber erfolgreiches Timing. Bubski mit zwei Kills. In der Mitte bekommt er auch noch A-Stack. Der hält hier gerade, Tricked allein am Leben. Freiburg smoked und flashed sich da noch raus. Versucht das One-on-One zu bekommen. Molly tinten den Spot noch ab. Die Bombe hat er noch nicht mitgenommen. Das ist eigentlich stark gemoved. Also ich sehe hier noch Chancen für Freiburg. Jetzt der Job wird es ihn ärgern. Aber sie checken ihn direkt. Ja, okay, sie kommen einfach rein. Einfach mit der Brechstange, ja. Brechstange hin oder her, also die Rush Airs und dann beim Rieting auch eine Brechstange. Ja, da wollte man so ein bisschen erzwingen. Das, das kennt man. Das sind immer so ein bisschen die, die Comfort Calls. So ein bisschen, ja komm, wir probieren es einfach. Vielleicht, ja, wie schlimm ist es auch ein Falsches, wenn nicht auch egal. Und genau das haben wir gerade am B gesehen. Relativ unspektakulär, dass Strict sich die Runde natürlich da nicht nehmen lässt. Genau. So, jetzt haben wir vielleicht sogar noch eine Partie. Aber ich finde ein Comeback auf CT-Seite ultra schwer auf das 2. Der Molly, Indicators, eben hat er gefehlt. Der wird gelöscht, da kommt wieder der Go. Richtig gute Gegenflashes. Freiburg hat sehr stark den Timing da. Oh, und er bekommt sogar den Kill. Bubsky noch mit einem. Jetzt eine 2 gegen 2 Situation mit Spotkontrolle. Hier wird noch irgendeine Smoke gesucht, die nicht vorhanden ist, so wie es aussieht. Das heißt, man muss es riskieren, die Bombe einfach rüberspringen zu lassen. Was geklappt hat. So, und jetzt sind sie schon nah am Spot dran. Hallo. Arsch. Oh, Staffen wäre da fast verbrannt, hat den Molly nicht richtig eingeschätzt. Nochmal die Flash und dann der Zugriff. Der Molly, das war super geteilt. Freiburg geht zum One-on-One. Hat den Molly, wirft ihn erstmal hinten hin, aber unten springt schon vorher hoch. Der Molly war vielleicht ein bisschen viel von Freiburg in der Situation. Ja, der wollte den Molly auch eher, glaube ich, so als Ablenkung benutzen, als ihn als Molly zu benutzen. Also, der hätte auch seinen Schuh nehmen können und ihn wo hinschmeißen können. Weil dieser Molly bringt sich selber eigentlich aus dem Fokus, weil du nimmst plötzlich ein Crosshair-Placement ein, was du in der Situation niemals einnehmen würdest. Und dann dein Crosshair wieder zu korrigieren in dieses One-on-One, ist halt einfach tausendmal schwerer als diese Pseudo-Ablenkung. Und man hat es auch sichtlich gesehen, dass Freiburg da sofort nachratet dann. Die Low Sensivity ist da dann etwas problematisch auch, für die hektische Situation, die dann entsteht. Da bräuchte man dann die Chinesen von Taillou, die dir mit 3000er-Cents direkt wieder im Crosshair-Placement sind. Okay, es ist eine Eco. Trick bleibt also noch etwas länger am Leben. Live to die another day. Und Ars Josh bekommt hier zumindest mal einen vor die Linse, verrät damit aber auch seine Position. Sofort gibt es den Positionswechsel, wie man das sehen möchte. Und ansonsten bespricht sich Heroic jetzt nochmal. Eventuell auch schon die Erfahrung gemacht, dass man so ein sehr deutliches Game verloren hat. Und vielleicht ist es ja auch ihre T-Seite, die dazu führt, dass sie sagen, wir wollen eigentlich kein Das-2 spielen. Ja, gerade aktuell habe ich so das Gefühl, dass sie viel zu viel Pressure auf B hauen wollen. Also als hätte man da irgendwie so eine kleine Schwachstelle für sich ausgemacht in den Demos, die man geguckt hat. Aber man hat ja noch viele, viele Runden für ein bisschen Try and Error. So. Boah. Der Dork zieht da durch. Drei Gesichter kurz durchgewaschen. Aber nichts mehr zu holen. Der Napp ist leer. Einmal durchgeschlabbert. Und. Ja, Heroic. Können Sie machen. Ich glaube, Sie spielen noch eine Eco. Nehmen sogar nochmal einen Timeout. Ja. Nichts anbrennen lassen. Lieber mal Luft rausnehmen. Was haben wir bisher gesehen? Es war sehr B-lastig, was Heroic versucht hat. B. B. First Round. B. First Equip. Second Equip. B. Mit Lurk. Freiburg Mitte. Was relativ aufgegangen ist. Nur dann im Late schlecht ausgespielt wurde. Und das haben wir gesehen bisher, ja. Genau. Also könnte man versuchen, das Game in der nächsten Waffenrunde ein bisschen A-lastiger zu verlagern. Man muss es nicht direkt auf den A-Spot bringen. Weil das vielleicht jetzt schon zu offensichtlich wäre in der nächsten Runde. Die jetzt auch kommt. Also es wird nicht nochmal die Eco gespielt. Kurzkontrolle wäre jetzt das, wo man Tricked in dem Status Quo halten könnte, dass sie auf alles Fokus haben müssen. Also, wobei sie einen Spawn für A-Lang haben. Man könnte auch einfach mal sagen, okay, wir haben immer noch eine ordentliche Führung. Wir versuchen es jetzt erstmal über die offensive A-Lang-Kontrolle die Runde zu gewinnen. Wenn es funktioniert, warum nicht? Man wirft die Kanten-Smoke, haut den Flash-Hugel hinterher. Ähm. Kann gut funktionieren. Na, unten wird sogar nochmal reingeflasht. Allerdings gerefragt. Da ist nochmal Borough, der close steht. Auch da der Trade-Kill. Eine gelungene Aktion für Heroic. Auch wenn sie HP-technisch etwas schlechter dastehen als Tricked. Genau, und Blame rechnet hier noch mit dem B-Push. So, man spielt jetzt auch, man muss jetzt auch ein bisschen auf Blame spielen, dem wirklich sehr viel Space eigentlich gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Fokus Blame jetzt noch an B gezogen hat, aber das ist Re-Aggression von Tricked Richtung A-Lang. Fokus hat da gar keinen gezogen. So, es geht eher darum, dass man jetzt die Posys hält und jetzt hier zum Clash. Wow, try back. Weit rum auch. Also das Spiel Tricked okay auf jeden Fall. Aber ich glaube, der eigentliche Plan war, dass man weiterhin die Angles hält lang und dann komplett nur über Blame spielt die Runde. Oder hat halt Tricked, diesmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, Timing war super. Ich finde es auch eine super Ansage in dem 3 gegen 3, gemeinsam A-Lang nochmal zu retaken auf der CT-Seite, wenn das Spiel so ruhig geworden ist nach diesem Anfangsstress. Jetzt haben sie ihre klare Situation. Bombe down und A-Lang. Zio shirt die Steps. Und dem Break lässt er sich nicht entgehen. 14 zu 7. Aber es ist wahrscheinlich der, wie von mir angesprochen, einfach der Versuch gewesen, können wir über Alang die Runde aufbauen. Oder müssen wir bei Tricked ebenfalls aufpassen, dass sie wissen, wie man diese Alang-Kontrolle eben halten kann auf der CT-Seite. War nicht verkehrt, ähnlich wie der B-Split, den sie hatten in der 2nd Equip, aber nichtsdestotrotz eine Runde für Tricked. Ja, es ist für mich eher so ein bisschen wirklich gerade Try and Error, muss ich sagen. B-Rush, B-Rush, B-Rush mit Lurk, Langrush. So, wir gucken gerade mal so die ersten 8 Runden, wo wir irgendwie for free durchkommen. Und erst dann fangen wir an, die Gegner wieder zu outplayen. Oder wie ist der Plan gerade? So, da geht man gerade ein bisschen sehr naiv, finde ich, an das Ganze. Da sollte man Tricked auch nicht unterschätzen. Also ich denke, die haben eindeutig ihre Hausaufgaben gemacht. Blame flasht seine Mates jetzt Mitte raus und dann wird man es jetzt mal kompakt über die Mitte versuchen. Smokes hat man dabei, man wird also den B-Split spielen können. Der kann auch mit einer Eko. Sehr gelungen sein. Boah, Blame. Geht sogar nochmal zurück durch den Molly. Buski hat jetzt hier die Bombe bekommen. Geht aber da und da hockt noch einer hinten auf dem Plateau. Siyush versucht jetzt noch so viel Zeit wie möglich rauszuholen. Bekommt aber nur noch einen weiteren. Und das ist tatsächlich eine 2 gegen 2 Situation. Machbar. Und trotzdem nicht einfach für Heroic. Oh, der rennt einfach rein. Ich dachte, aber Runden wollte nur ansteppen, den Plant verzögern. Hat nicht funktioniert. Hier jetzt der, die Cutter-Smoke, dann die Flash. Und ich denke dann auch der direkte Zugriff, denn mehr Nates hat Tricked nicht. Der Go kommt. Schön rein. Den ersten geholt. Oh, und jetzt muss Play mit den Degen. Den ersten hat er. Den zweiten. Sita schießt nochmal vorbei. Er spielt gegen die AWP. Aber die trifft. Die Runde geht nochmal an Tricked. Auch das Kit ist vorhanden. Aber dem Lochspieler hat er doch auch irgendwie durch eine Ecke Klingler gegeben, oder? Ich habe doch davor schon eine Glocke gehört. Kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Es kann sein. Na gut, na gut. Ja, starke Runde für Heroic, muss man sagen. Also viel Damage gemacht, hat Bombe durchbekommen. Aber gucken, was das jetzt für ihr weiteres Spiel. Also bringt Hutz jetzt nichts für ihren Gameplan, was Taktik angeht. Dann ist einfach nur eine unangenehme Situation gewesen für Tricked. Ein bisschen Panik. Trotzdem muss man jetzt ein bisschen mehr leisten. Na, Nato. Auch so 40 Damage in Kauf genommen. Anscheinend kam da keine Flash oder er warnt. Flash kam sogar. Er blind gedrückt, ne? Ich war nie in seinem Inneren, ich habe aber gesehen, dass die Flash kam. Also irgendwie so ein... Also geworfen wurde, sagen wir es mal so. Ja. Das ist vielleicht sogar so eine Situation, wo man auf den AWP-Schuss warten muss. Aber auch sehr schwer abzuschätzen, meiner Meinung nach. Kleine Flash in die Mitte. Heroic bekommt also einen First Track, geht die Runde jetzt deutlich breiter an. So wie man das zwei kennt mit dem Standardaufbau. Und weil es gerade ein bisschen ruhiger ist für euch, die Info, Sprout gegen Big wird nicht vor 15 Uhr starten. Das heißt, wir werden hier nicht weitermachen, falls das Ganze hier ein 2 zu 0 wird. Und ich finde, aktuell sieht es noch danach aus bei dem Spielstand, auch wenn es ein bisschen knapper geworden ist, werden wir eine etwas längere Pause haben. So. Die können wir natürlich dann auch nutzen, um was zu futtern. Hier zu Hause auch. Start! Kmeiß den Ofen an! Oh, die sollte wahrscheinlich nicht so kommen. So, jetzt von der... Oh, sie faken das, was in der Eco so gut funktioniert hat. Lassen die Bombe noch an kurz. Hunden hört aber alles. Der ist einer lang, quasi der hat genug Sound, den er da gerade findet. Ja, guter Gegen, Molly. Alles nochmal abgeblockt, die Nades hinterher. NATO geht verzögert mit rum. Wäre vielleicht nicht verkehrt für das AWP-Duell gegen Akkor. Aber NATO hat da auch schon mal ein Duell gegen AK verloren. Das kann Akkor natürlich genauso passieren. So, Molly, kam gut. Jetzt sind sie da an der Eins gefangen. Super schwierige Situation. Da geht's. Hunden jetzt auf. Oh, Akkor down. Stoppen macht den zweiten Frick. Und damit keine Erlangkontrolle mehr für Trick. Die wollten noch vor dem Plant Pressure aufbauen. Hat nicht funktioniert. Ja, da ist es dann auch passiert. Die 15. Runde für Heroic. Sogar flawless. Und das, obwohl Trick sehr viel Damage verteilen konnte. Boah, Schlag runter. Also, man, teilweise in der Runde hat man das Gefühl gehabt, okay, das wird jetzt schwer. Das wird jetzt eng. Da ein Hit, da ein Molo, da eine Flash. Aber dann haben sie sich, dann der Befreiungsschlag. Dann sind die Knöpfe am Hemd von Southern geplatzt. Und er knallt dagegen lang was weg. Das sind diese Shots, die dann den Unterschied machen. In so einer Runde. Blame. Mit den Support Flashes. Erlang, take, kommt. Aber diesmal konzentriert sich Trick eher auf die Kurzkontrolle. Das ist Utility-technisch bedingt. Denn sie haben nicht viel Geld. Müssen auf SMGs, Diegels, Farmers gehen. Und da ist der Erlang-Fight natürlich nicht so gut geeignet. Wo man doch auf mittlere Distanz nicht so viel machen kann. Mit den Pistols. Im Normalfall, sag ich mal. Normalfall. Und warum passt der jetzt schon T-Base durch? Der Bär war komplett ausgeschlossen. Bekommt jetzt die AK. Zwingt Heroic dazu Vollgas zu geben. Support Flash. Plusjus, den ersten macht er. Aber Nato war nicht blind. Die Bomme war kurz down. Am Spot steht noch unten. Auch der Refrag, Akon noch nicht bekannt, gewinnt das Distanz-Duell mit der MP9. Aber gerade so. Und jetzt ist Nato im 1-on-3. Wechselt erstmal auf die AK. Hat da nochmal abgesmoggt. Da hat er getroffen. Das hat er gehört. Den Spieler oben am Kurs bekommt er. Aber der Move vom Hubs geht da noch weit genug raus. Das hat noch kurz gewackelt, diese Runde. Aber Trick bleibt noch am Leben. Also, jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Kann man denn bitte so schnell hinter den an der T-Base sein? Also, Heroic hat das Spiel halt auch sehr kompakt verlagert. Also, das Risiko kann man mal eingehen. Aber gegen die 15. Runde ist das schon mit viel Eiern gespielt. Ja, und selbst dann haben sie gute Granaten eigentlich, um dann lang durchzugehen. Und Freiburg tanzt da und jammt da über den Spot mit betrunkener Elf. Also, wirklich, dann bitte. Dann spiel es doch gut. Boah, Aqua schön gewartet, bis er wieder was sieht. Das zum zweiten Mal. Will die Kontrolle halten, geht down. Drei gegen drei. Ich weiß nicht, ob der dritte Repeak ist wirklich wertbar. Upski kommt hier jetzt von hinten. Und den muss Davin dann eigentlich machen, wenn der Gegner so unvorsichtig reinläuft. Aber Nato-Sephix lebt ja immer noch. Der wird hier gerne nochmal close smoken. Hat er gemacht. Gibt die Bombe weiter. Auch das hat super funktioniert, solange die AWP hinten stehen bleiben kann. Hat man vielleicht noch einen Plan für Erlangen an der Doppelbox. Passt hier aber nicht, denn Sjush ist weiter vorgelaufen. Und wieder ist Nato im Klatsch auf dem Auto gewesen. Wechselt wieder von der AWP auf die AK. Zweiter Spieler kommt hinten über Erlangen. Schön Zeit rausgeholt dann kurz. Schön Druck gemacht mit dem Löschen. Und dann, hallo? Hast du den nicht gesehen? Oh, was hat Bubki denn da gemacht? Hat er den echt nicht gesehen? Ey, da hat sie doch die Sonne geblendet. Kurz die Sonnenbrille vergessen aufzuziehen. Bubi, ey. Aber gut von Sjushan kurz gespielt. Ja, ey, die Flash. Dann noch so den Molo gelöscht. Von wegen so, jetzt komm ich aber. Hat viel Druck da hinten gemacht. Und der Bubi hat einfach nur ein bisschen geschlafen, aber Runde geholt. Das ist das, worauf es ankommt. Genau, Heroic hat immer noch genug Geld, um zu kaufen. Wenn der Freestyle... Oh, da wollte ich mich drauf. Gut, machen wir dann gleich. Hier nochmal die B-Aktion. Timeout von Trick. Die Runden super knapp. Irgendwas, worauf Trick jetzt genau achten müsste, deiner Meinung nach? Ich denke, wirklich, dass Trick jetzt auf der TT-Seite mindestens genauso ready ist wie Heroic. Also, es sieht gerade eher traurig aus, was Heroic spielt. Es wirkt sogar so, als hätte Trick auf der TT-Seite eigentlich mehr Setup und mehr Set gehabt, worauf sie sich verlassen können, als Heroic es gerade hat. Und ich glaube, man muss jetzt einfach nur aufpassen, dass man jetzt eben nicht wieder auf dem falschen Fuß erwischt wird mit... Wir machen am A-Druck und einer lurkt Mitte oder so. Wir nehmen lang mit vielen an, einer lurkt Short, einer Mitte. So, dass man auf diese Sachen jetzt nicht reinfällt. Das ist jetzt wichtig für Trick's. Nicht wieder durch dieses Chaos verlieren. Ja. So, ein Heroic. Die wollen dieses Chaos dann wahrscheinlich verursachen auf ihrer TT-Seite. Und jetzt B-Lastiger auf. Es könnte sich natürlich noch Mitte-Lastig entwickeln. Keine früher Kurzmog... Oh, und was war Bupski? Der geht einfach Cutters unten rein. Hat man da gerade Fokus. Und da gehen sie in den Molly, nehmen ein bisschen Damage in Chaos. Das ist der Pick, nachdem sie bei Heroic gesucht haben. Dieser Molly-Push ist richtig stark gewesen. Aber wo sieht das... Der ist nochmal ein guten Pick. Der bringt auch jetzt gut Chaos rein in das Spiel von Heroic, muss man sagen. Er ist sogar die T-Base reingegangen. Weil er natürlich weiß, dass er von B erwartet wird. Über Kurz läuft Blame noch. Der wird vielleicht einen CD-Base-Drop spielen. Aber das wird von Arco erwartet. Das gibt's doch gar nicht. Was die hier alles auf dem Schirm haben. Bei den Teams. Also auf beiden Seiten richtig gut antizipiert. Upski. Einfach Lucky, den Hinshot gegen Stappen bekommen. Kann mir keiner erzählen, dass das so gewollt war. Da hauen sie die Spieler an den Doors noch weg. Aber insgesamt zu gut gespielt von Trick. Wahnsinns-Move-Star, die Trick ausgepackt hat zur 11. Runde. Und das ist ja echt noch heiß, die Partie. Hätte ich nicht gedacht. Das Game ist hier noch eindeutig live. Also ich glaube, das merkt Heroic auch. Und sie spielen jetzt ja wirklich schon einen harten... Diesen Molly-Push-Woof, den hätte ich vor sieben Runden gespielt eigentlich. Von den Eiern her. Weil der ist schon auch ein bisschen risky immer. Da könnte einfach mal auch keiner sein. Da könnte mal eine Haete herfliegen. Also Heroic packt ja jetzt gerade schon ihre ganzen Risk-Boosts aus. Und so langsam merkt man, dass das Repertoire da zu schwinden scheint. Da ist nicht viel da bei Heroic, um Trick sie an die Wand zu spielen. Aber immer wieder Geld auch bei Heroic. Also die kriegen natürlich einen Bomben-Plant voller Loser-Bonus haben sie so oder so. Selbst wenn sie Runden verlieren, können sie immer wieder nachkaufen. Und das macht dieses Comeback für Trick noch viel schwerer. So, und auf dem Niveau habe ich auch das Gefühl, auf das 2 gibt es einfach nicht mehr das Mittel. Äh, Kurzkontrolle. Gegner hat keine Ahnung, wo du lang gehen willst. Und du gewinnst die Runde. Einfach weil du die Rotationen gut abfangen kannst. Das funktioniert nicht mehr. Da, das Aiming auf der CT-Seite doch meistens zu stark. Kleiner Tower hier von Aztec gespielt. Gerade mal schauen. Der ist aber schon wieder aufgelöst. Entschuldigt, Leute. Freiburg. Der Flash, gut getimete Nade. Der macht jetzt Druck an Erlangen, um den Fokus in die Richtung zu ziehen. Aber Arco bleibt an der Schräge. Flash jetzt auch nochmal vor die Doppelbox. Gutes Timing. Direkt den zweiten bekommt. Und der Molly hält sie auch weiter auf Distanz. Das muss abgebrochen werden. Wenn dessen aber Bubsky in der Mitte down. Wollte er da zu viel? Keine Smoke. Das ist jetzt lustig, dass sie... Ja, jetzt gehen sie einfach zu zweit B. Suge zieht da rum gegen Freiburg. Gute Nacht. Er ist runtergedroppt. Lame mit dem Mörder-Aiming gerade wieder. Richtig gut gemacht. Aber was fehlt, ist die Smoke. Sie müssen hier durch. Und da sieht man, was passiert, wenn die Smoke fehlt. Die Bombe droppt auch noch unten rein. Nato ist jetzt gecrossed. Warum hat sich der nicht gezeigt? Sieben Sekunden. Er muss nach vorne. Und da erzwingt man den Frag eben auch durch die fehlende Zeit. 15 zu 12. Noch drei Runden zu spielen. Diesmal kein Bombenpland. Und schon ist das Geld sehr, sehr knapp bei Heroic. Er hat wieder ein Doppelsetup jetzt auch am A gehabt bei Trick. Wir hatten einen am Auto und einen auf der Schräge. Und das, obwohl... Also sie waren full ready für ein A-Execute. Ich meine, Heroic hat das zwar noch ein bisschen reingebalanced mit dieser Lush-Smoke für den Mollo, um das so ein bisschen... dass man diese Off-Guard catcht. Aber nichtsdestotrotz war Trick einfach ready. Und dieser Move war zwar... Es war ein nettes Gimmick. Aber da das Team von Anfang an bereit war für diesen Kurz-Go, war man halt viel zu ready dafür. Und hat Heroic mal wieder in die Schranken gewiesen. Ja, was spielt man jetzt in der Eko? Vielleicht kann man es auch mit einer Eko beenden. Lang verzögert. Was hältst du von... Xbox Smoke Vollgas kurz durch? Weil es gibt kein AWP-Mitte-Duell. Halt wirklich runterspringen, vom Todesgang aus die Kurz-Smoke werfen, durchfahren. Wirklich mit Vollgas auf den A-Spot. Ja, Brechstange bin ich immer ein Freund von. Zu viel Half-Life gespielt. Nato, durchgekommen. Smokt sich hier vorne schon mal ab. Präventiv, weil da auch gerne Molly reinfliegt. Eine HE. Die wird dadurch natürlich nicht aufgehalten. So, Nato geht auch down. Und sie gehen tatsächlich einfach kurz durch. Können hier gleich zum Plant kommen. Aber Borup drückt da wieder gut um. Da hat sich der A-Stack da geschnappt. Den Plant konnten sie da nicht mitnehmen. Und okay, da weiß ich jetzt auch, warum man eben nicht den Kurz-Go spielt. Das wird dann zu hart zusammengeschossen. Wobei mit einem Headshot-Schräge-Molly oder so könnte man das vielleicht noch unterstützen. Also mit mehr Utility ist da auch mehr möglich. Ja, das ist das Ding. Ab der Sekunde an, wo du die Kurz-Kiste, wo du die passst, ist halt Anarchie. Jeder rennt irgendwie. Und du läufst in sieben Granaten, in acht Support-Flashes, dann der nächste Mono, dann noch eine HE. Und das ist halt... Also, wenn du gerade, wenn du so früh explodierst und dich so früh ankündigst, und sie haben ja wirklich sich von Anfang an mit den Granaten schon angekündigt, da weiß ein Team wie Trick natürlich genau, wie sie da einen Jägen drücken können. Und das haben sie getan. Heroic, würde ich behaupten, scheißt sich gerade kräftig in die Hose. Also da hilft nichts mehr. Ach, denn danach die Windel anziehen bringt auch nichts. Nee, jetzt ist das... Das Malheur schon passiert. Jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Am Anfang war das noch lustig, so ein bisschen mit seinen Aggro-Duddle-Moves und hier ein Rush, da ein Rush und jetzt... Ja, jetzt fehlt so ein bisschen die Substanz für den Gameplan. Die Runden, wo hast du denn wirklich eine Information für dich rausgezogen, die dir jetzt hilft bei einem Call? Gefühlt nirgendwo. Ja, ich weiß nicht. Mitte B-Split hat eigentlich immer für sehr viel Trouble gesorgt. Sie haben ja zumindest die Sportkontrolle bekommen, aber wenn das zwei-, dreimal nach hinten losgeht, will man da noch nicht weiter gegen die Wand rennen. Hier erstmal... Ja, prediktet, dass da kurz aggressiv gespielt wird, aber Trick will jetzt gerade für die letzten beiden Runden keine Risiken mehr eingehen. Sie spielen das auf Standard-Linien-Deckung, zwei B, Mitte nur vom B-Spot gedeckt. Da hört man natürlich jetzt schon mal oder sieht auch, dass da ein paar Granaten reinfliegen. Das ist irgendwie was vorbereitetes, weil Trick war jetzt schon das zweite Mal zu zweit vorne an den Cutters und ist dann wieder zurückgegangen. Als wenn zu irgendeiner Zeit eine Granate fehlt, bei Heroic oder so, oder irgendein Contact fehlt, dass sie doch nicht B einnehmen, weil sie wissen, dass jetzt mehrere Rennig-Cutters sind. Jetzt ist Salz mal aufgefallen in der Runde. Ja, jetzt auch Double-Nate hinten rein, also wieder mit dem Mitteldruck B-Play gerechnet. Dadurch, dass sie so passiv an A standen, jetzt wirklich viel Angst vor dem B-Go. Ich glaube jetzt auch zweimal die Smoke. Nee, eine war eine City-Base-Smoke. Das jetzt wiederum als Fake und dann auf B, also gefühlt der Double-Fake des Double-Fakes. Jetzt sogar noch Stress an B, damit in der Mitte mehr Platz ist. Stappen überlebt das. In der City-Base steht allerdings jemand. Die Bombe wird jetzt noch gepickt und über die Cutters getragen. Stappen will mithelfen, aber da ist der Blick und der Base-Boot ist gefallen. Das könnte es gewesen sein. Wupski macht nur einen Kill. Die Bombe kommt also durch. Keine Utility mehr. Bei Heroic noch eine Smoke und eine Flash. Bei Tricked in den Händen von Hunden. Und eine Überzeit... Oh, das... Oh, what? Er kriegt den echt... Wird getradet. Drei gegen zwei. Die Utility war damit down. Er hat auch noch Hunden geholt. Das heißt, sie nehmen nur eine Flash mit keinem Smoke mehr, um reinzukommen. Richtig bitter. Die Flash wird vorbereitet und fliegt genau dann, als der Molly kommt. Das heißt, die Flash können sie nicht mehr perfekt nutzen. Jetzt keine Granaten mehr im Spiel. Blame hat den Winkel, bekommt den Refrag. Jetzt sogar im Eins gegen Eins und das darf er noch nicht verlieren. Das darf er noch nicht verlieren. Warum A-Stack da auch immer peakt? Eigentlich muss er nur passlich bleiben. Und sie geben das echt noch ab. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, mein Gesicht. Da waren so viele Fehler in einem... Also, das hätte Team Panthers nicht schlechter spielen können. Und wir spielen schon so welche Situation katastrophal aus. Also, ich meine, erst mal Netto Zephix mit einer AWP da unten. Okay, der hat von hinten die Flanke gehalten und will dann nicht wieder in die Mitte zurück, weil er nicht weiß, ob was über kurz oder über lange Mitte dann nochmal verschiebt. Gut, er ist in der Mitte. Er macht sogar noch den Most Amazing Shot, den er machen kann aus der Ecke. Er hat also nochmal Refrag gemacht, hat das die Köpfe mit da unten gezogen. Dann haben sie Tormolo, dann spielen... Ach, das kann... Also, wie oft Eroic eigentlich die Hand auf der Runde hatte und sie dann nochmal abgegeben hat, das kaum mit Worten zu fassen. Ja. Vom Stuhl fallen, ey. Ich bin komplett sprachlos nach dem, was wir gerade gesehen haben. Aber sprachlos dürfen die Teams jetzt natürlich nicht sein. Eine Runde, die Eroic nicht hätte verlieren dürfen, die ihnen den Sieg gebracht hätte, die geben sie ab und bringen Trick damit in die fast komfortable Situation, das Mindgame gewonnen zu haben. Schnelle Kurzflash, da ist auch einer vorgegangen, das ist Stubben. Langmolly, wollen sie abwarten? Gehen jetzt mit der Flash auch raus? Haben das geschafft, verzückerte Langkontrolle, das, was sich der Don die ganze Zeit gewünscht hat? Ja. Dann spielen sie jetzt endlich mal und ruckzuck sind sie auf dem Spot wirklich... Aber Monster Bubski schon packt. Komm wieder, der Typ ist so ein Wichser. Oh nein, er ist kurz von hinten durch. Nein, er neift doch jetzt dich, oder? Ey, bei dem spiele ich dann neift er auch noch. Ich will ihm seine Ohren langziehen zum kleinen Schlingel, ey. Das ist so ein Config 2016-Move, den er gerade gemacht hat. war wirklich, ja. Jetzt hängen sie da an der Langfest bei Heroic. Tricked hat wieder die Kurzkontrolle. Dann sind sie nicht mal die Doppelsmoke bei Heroic. ja. Was, jetzt kannst du vielleicht tief Bay smoken mit der einen. Was hast du dann? Ne tiefe Bay smoken, herzlichen Glückwunsch. Aber was gerade fehlt ist, jemand der in der Mitte abzieht, ob sie nochmal gegen B gehen. Also, irgendwie muss Tricked jetzt auf dem Schirm haben, dass da vielleicht nur was Richtung B geht und das könnte dazu führen, dass die schlecht rotieren. Autospieler, stimmt nicht mal. Kurz geholt. Ah, der Schuss, die Bombe liegt aber noch auf dem Spot. Und bevor der Frank rausgeht, macht Freiburg auf dem Spot noch zwei Kills. Die Runde dreht nochmal. Die AWP zwar down, aber der plant Richtung Alarm oder zumindest ist auf dem, auf dem Spot. Der ist da. Blame. Am Auto bleibt er einfach nur sitzen. Pupski ist da wieder raus. Wird abgefahren. Ey, und aus so einer Runde holen sie jetzt das Game oder was. Schuss überlegt, ob er droppt. Schaut hier erst nochmal mit dem Jump jemanden, sieht er, weiß, dass Freiburg auf dem Spot sitzt und bleibt da sehr geduldig. Die Fuse geht, hat er. Freiburg spottet ihn auch da. Ganze Erfahrung, duft sich direkt wieder weg. Und dann ist er feinlich. Geht er rum, aber er geht down. Und jetzt wieder das 1 gegen 1. Aber Blame F, das Geburtstagskind. Schießt die Jungs von Heroic tatsächlich mit dem 2 zu 0 in die nächste Runde des Winner Brackets. Ai, 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 ai. Das war eine schwere Geburt, aber Heroic gewinnt diese Partie am Ende mit 2 zu 0. Das war nochmal, ich fand es natürlich nett, dass sie ein bisschen Zeit gut machen wollten für das Big und Sprout Match. Damit wir uns noch ordentlich drauf vorbereiten können. Ja, genau. Aber, dass wir nicht zu lange warten müssen, dass wir immer noch ein bisschen CS-Feuer in uns haben. Also, das war ja nett gemeint, aber am Ende, was da noch passiert ist, Mann, hat wirklich gutes CT-Counter-Strike auch gespielt. Das stimmt. Das kann man für beide Seiten auf jeden Fall sagen. äh, Don, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall ein Päuschen. Ähm, werden dann so um, ja, Viertel vor für euch am Start sein und dann werden wir natürlich nochmal ausführlich über Sprout gegen Big sprechen, denn um 15 Uhr wird es starten. Leute, macht euch nochmal warm. Wir geben euch dann natürlich auch ein kleines Warm-Up, bevor es dann richtig ins Game geht. Um 15 Uhr ist Matchstart. Die Maps werden natürlich auch sehr interessant sein. Es wird auf jeden Fall heiß. Der Don und ich, wir sind gleich wieder für euch da. für euch da.